Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu Happy Wheels und wir starten doch einfach mal sofort mit dem ersten Level und zwar Blue Swing Und das ist doch genau, nicht überraschenderweise ein Rope Swing und das ist, oh, Feet First, wow, ah, ne, das müssen auf jeden Fall die Beine gewesen sein Jawoll Oh, Space, oh, das, das sieht, nein, oh, zu früh, oh, ne, halt dich fest, nein, wir haben das Bein festgehalten Nun gut, das ist auf jeden Fall kein, so, oh, nein, 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 wow, Snap, so, Feet First, alles cool, alles noch dran Jetzt werden wir hier hochgeschossen, halten uns ganz einfach fest, perfekt und jetzt mal ein bisschen weiter, jawoll Oh, nein, nein, oh, Snap, das war, glaube ich, knapp, Wait First So, alles land hier, oh, das sieht doch gut aus, komm schon, lass jetzt einfach mal hier das Ziel sein Wee, oh, yeah Der erste Victory, meine Damen und Herren Und dann geht's weiter mit Slender Wollte ich ja eigentlich auch schon längst mal mit Facecam gespielt haben, aber, naja Bin ich auf jeden Fall mal sehr gespannt, ich muss sagen, ich hab da mal eigentlich mega keinen Bock drauf, weil ich, ich bin sowas von, oh, das war's schon Sowas von leicht zu erschrecken, hatte ich, glaube ich, auch schon mal erwähnt So, Executioner, execute him Okay Wir müssen ihn wahrscheinlich töten, gut Ihr seid wegen Lauchigkeit zum Tode verurteilt Ja, toll Und jetzt Victory Man, sind wir ein toller, ähm, Executioner, das deutsche Wort ist Henker Das ist manchmal so komisch, mir fallen dann die, die englischen Wörter früher ein als, äh, die deutschen Ist ja auch egal Paddle Run ist das nächste Level Und, okay, sieht eigentlich easy aus Wow, nein, nein Dammit Ähm, okay, egal Auch bei Neues Das kann doch, nein Kann doch nicht so schwer sein So, warte mal Vielleicht mehr Rückenlage Na Okay, das waren nur unsere Arme Die braucht die nette Dame wahrscheinlich eh nie Doch zum Essen Nein Ich dachte, das Level wäre mega einfach Warte mal Okay, alles Nein, 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 flieg, 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 flieg Oh, warte mal Jetzt sind wir viel schneller als die Dinger Oh, snap Nein, nicht langsamer werden Nicht langsamer werden Sie kommen immer der Kommt schon Nein, nein Ich hab doch da vorne Das Ziel Dangles Das ist aber auch eine weite Strecke So, okay Jetzt, jetzt geht's los Oh, yeah Das ist ein guter Jump Kommt schon Nein Alles im grünen Bereich Alles im grünen Bereich Oh, yeah Ich hab's im Gefühl Diesmal wird das was, Leute Diesmal wird das was Jawohl, das ist ein schöner Nein Nein, 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 komm Das gibt's doch nicht So, jetzt komm Jetzt mal ein bisschen Ein bisschen Konzentration Nein Nein, na Auf Das ist ein scheiße Nur gut Super tolles Spaßiges Also ich meine Es ist ja wirklich Interessant das Level Nur würde ich das jetzt Gerne mal schaffen Komm schon Jawohl Komm schon Was hat sie da vorne eigentlich drin Cola und Würstchen Sehr gute Kombination Wow, snap Komm schon Jetzt fliegt einfach mal ins Ziel Jawohl Alle guten Dinge sind 19 Oh, wieder ein Rope Swing Best Rope Swing ever Schauen wir uns das Ganze doch mal an Okay Hold 2 Press Oh, snap Okay Down here Oh, nein Oh, nein Halt ich fest Halt ich fest Oh, snap Das war glaube ich mega knapp So Head first Nein, nein Dreh dich Dreh dich Nein Okay Wir kürzen einfach mal ab Was wenn wir hier runterfallen Oh, nein Nein Okay Das war aber nur ein Arm Wenn wir jetzt einfach ganz Jawohl Und jetzt wieder Head first Head first Dreh dich Jawohl Nein Warte mal Ach, da ist noch ein Oh Gott, da ist noch ein Jetfall Und ich sollte mal den Anfach Jawohl Okay Jetzt nicht die Arme brechen Auch nicht da vorne festhalten Gut Das sieht doch Perfekt aus Komm schon So, warte mal Wie kriege ich das denn hin Dass ich hier head first Nein Jawohl Nein Ah, what What the heck Wie habe ich denn da jetzt bitte den Kopf verloren Ich bin irgendwie immer prädestiniert dafür Dass mir irgendein Körperteil in Windeseile Abhanden kommt Das ist Unglaublich Das ist Wie eine Verschwörung hier bei Happy Wheels So, warte mal jetzt Oh, das sieht gut aus Jawohl Und jetzt können wir glaube ich auch zum Rope Swing Ach, da Nein, das ist auch ein Rope Doch Jawohl Nein Runter, da Runter, da Runter, 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 runter Komm schon Oh, ich hasse Jetfall Nein, 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 nein Nein Oh, snap War das knapp Halleluja Komm schon Komm schon Komm schon Ich will das gleich schaffen Komm schon Jawohl So, easy Oh, da unten sehe ich doch das Ziel Oh yeah Komm schon Jawohl 51 Sekunden Das war echt ein langes Level Aber Ich muss sagen Heute läuft's Heute ist Ein schöner Tag für mich Und ein schöner Tag für euch Die mich immer gerne failen sehen Obwohl, warte mal In diesem komischen Paddle Run Denken Das war ja mal mega grob Egal Special Ball Throw Ja, toll Wo muss ich denn da Achso, Victory Unlock Oh, yeah Komm schon Mein First Tribe bei so einem Ball Throw Wäre auch nicht schlecht So, warte mal Und Oh, nein, nein, nein Fünf Bälle Das sieht doch gut aus Komm schon Jawohl Oh, Leute Oh, wow Ich glaube, ich sollte das heute in den Let's Win umbenennen So, Glass Break Nee Hammer Smash Alles gut Grab this Hammer Hammer Smash Und wieder ein Victory Ah, herrlich Herrlich, herrlich, herrlich Sword Throw Nee Fly and Die Just Die Haha Wow Okay, das dreht sich Und jetzt müssen wir wahrscheinlich einfach nur Überleben Oh, yeah Dammit Aber warte, wie weit Gibt es hier denn Gibt es hier ein Victory Solche, solche Levels gefallen mir definitiv Ähm Father Sun Race Oh, ah, wir müssen Nein Don't Gib Gas Warte mal Unser Sohn Ja Das ist natürlich Mist bei uns Aber egal Ich glaube, wir gewinnen trotzdem Ich muss sagen Die Levelauswahl ist heute Äh Sehr Sehr Cool Zumindest was Victories angeht Meteor Fall Hatten wir das nicht gestern schon? Meteor Fall Nee, hatten wir doch nicht Starters Was? Oh, nein, nein Oh, oh What? Okay, Moment Wir müssen hier so ein bisschen Fliegen Okay Nein Nein, 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 nein Nein, 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 nein No Okay, egal Bisschen mehr Speed So Jawohl Nee, da kommt man aber Ok Nein Nein No Ja, so Du bist eh Ballast Du bist Nichts Besseres als ein Airbag Nein Oh No Ach, die werden jetzt immer Immer kleiner Komm schon Nein, 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 nein Da unten ist das Ziel Moment, Moment, ach warte, da müssen wir Ach, Dengels So, okay, nochmal Wir können doch hier eigentlich schon runterfallen, oder nicht? Ist doch völlig Banane Nein, 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 komm da Langtechnik, oh, das hat ausnahmsweise immer funktioniert Normalerweise bricht man sich mit dem immer den Hals Leute, wird das der nächste Victory? Das könnte eine Rekordfolge sein, oder nicht? Warte mal, ich lasse hier einfach mal los. So, ja voll, Strike, Obstacle-Kurs, ja nehmen wir auch mal, nehmen wir alles mit heute hier, Slow, kein Problem, wir brauchen kein Slow. Das meine ich, das sind immer die Situationen, wo ich immer meine. Egal, ich lasse mich davon nicht entmutigen. Slow, guck mal, wie wir da rüberfahren, machen hier noch einen arroganten Backflip, spring jetzt hier ganz easy rüber. Okay, jetzt bin ich hier drin gefangen, oder was? Obwohl, mit ein bisschen Speed. Na, warte, wir probieren es einfach noch mal, hier wieder. Da hat jemand irgendwie so ein bisschen die, den Slow-Part verbauert. So, machen hier ein... Nein, oh, dass ich hier nie rüberkomme, das kann doch nicht sein. Und ich habe irgendwie... Komm schon. Nein! Oh Gott! Ich möchte, dass ich mich die ganze Zeit im Gesicht romantiere, das ist irgendwie eine komische Angewohnheit. Nein! Ey, wieso komme ich denn hier nicht rüber, das kann doch nicht sein! Warte mal, aber wenn ich zu schnell bin, dotze ich gegen diesen Typen, das kann es doch nicht sein jawohl hallo snap so kein problem jetzt kommt bestimmt gleich an ihn nach oben snap war das alter schwede geschafft perfekt kill your boss mini ob's mini obstacle kurs warte noch mal da brauchen wir den schwung einfach kann ich hier nicht irgendwie ab wenn ich absteige ach kollege was ist denn das was kommt man denn dann diese kommt man hier nicht runter das ist das für ein mist komm schon das regt mich gerade ein bisschen auf das ist dann für ein behinderter obstacle kurs jetzt lasst mich doch damals und vor allem das geräusch regt mich gerade extrem auf ich weiß nicht wieso ist auch so mega laut egal ich muss ganz ehrlich sagen ich habe keinen bock auf das video auf das video ja auf das video habe ich auch kein bock man jetzt hat gerade mein handy geklingelt unglaublich hapun master das doch was für mich bekannt als ach nee das nee das wollen wir auch nicht mal soccer mom gut was wollen wir machen bei radio active monkey 14 okay ist the band broken down now we have to take the bike okay kein problem sollen sie also zu ihrem soccer practice fahren und fußball ist ja bei den frauen in amerika wesentlich populärer als bei den herren so was jetzt stop you must take ach so okay sehr spektakuläres level sehr schöner baum auch ja hier ist wahrscheinlich schon die eine oder andere soccer mom verendet auch wir müssen dann beide kinder zum fußball mein kann ich das eine hier nicht rausschubsen nee das hält sich ja auch irgendwie fest okay los geht's bisschen bisschen langweilig das level wir können in der zeit wenn ich im grunde um nur die abtaste gedrückt halte reden wie war euer tag alles im lot okay jetzt habe ich nicht ich hatte im augenwinkel gesehen dass da so eine abrissbirne ist aber ich dachte nicht ja sehr spektakulär hat uns 62 sekunden gekostet oder wwe super jump wo ist mein victory ich will mein victory moment noch mal hätte ich jetzt ein account bei happy wheels würde ich nur ein stern geben weil ich kein victory bekomme da jetzt ok snowy mountain fatality das hört sich doch nach einem ok finnisch ach das war noch zeiten mortal kombat für das schirm das waren noch gute biedem ups obwohl ich habe schon jahrelang kein biedem up mehr gespielt so battle goal haben wir auch noch mal eine runde rein das ist sparta ja das war sparta würde ich mal sagen sehr das ist sehr einfach weil die auch nicht einen anschauen dann sollte man damit eigentlich keine probleme haben so lady bloß dieses eine messer oder schwert nervt ein bisschen ich wüsste wirklich gerne mal wie viele victories ich hier hingelegt habe und neon rope swing ich weiß es ist der dritte oder vierte rope swing heute aber ja ich meine wir sind ja schon am ende des videos da da kommt nur noch die die elite zu die jeden scheiß hier bei happy wheels mit nachgleich auch so kommt schon nein nein aber wieso hast du dich denn nicht gedreht und ich habe so ein schweinehunger kommt schon jawoll oh ja kommt schon das wollen wir jetzt schnell beenden damit wir noch mal ein level reinhauen können so und da werden wir doch nein 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 dreh dich oh snap warte mal und alle hopp nein nein ich hasse das wenn man sich zu oh warte mal und jetzt nach vorne ja komm wir machen nochmal irgendwas anderes fun 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 extreme bottle run hatten wir heute noch nicht ist aber auch noch unspektakulärer als die meisten anderen sachen aber für den victory so zack 4,9 sekunden nächstes level ähm jetball hart freefall freefall da war zwar noch ein minecraft quiz aber nein ich kann nicht den ball irgendwie nächste level was haben wir denn hier noch easy oh easy ist gut oh warte mal höra nein nein oh nein das sind kommt schon nein 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 ich kann doch einfach auch hier längst oder nicht warte mal Und ich würde einfach mal sagen, das war der letzte Victory für heute Eigentlich relativ erfolgreich, muss man sagen Also das war für mich und für mein Ego keine schlechte Folge Mal sehen, wie es beim nächsten Mal aussieht Und bis dahin wünsche ich euch allen noch einen angenehmen Tag Haut rein und bis zum nächsten Mal